Musik 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 Amen. 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 Während Jung und Alt gemeinsam das Stück For the Beauty of the Earth von John Rutter musizieren. John Rutter wurde 1945 in London geboren. Er ist Chorleiter, Komponist und Dirigent. Rutter gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik. Dieses grandiose Stück ist aus einem seiner wichtigsten Werke, dem Gloria. Er ist Chor- und Kirchenmusik. Er ist Chor- und Kirchenmusik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020